Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wer welches Gebäude geplant, gebaut oder bewirtschaftet hat? Wer Nutzer oder Eigentümer eines Gebäudes ist? Das hat uns motiviert, MAPOLIS zu machen. MAPOLIS ist ein Netzwerk für Bau, Architektur und Immobilien. Anders als bei Xing oder Facebook vernetzen wir Menschen mit ihrer Arbeit, mit ihren Projekten und wir zeigen, wer hinter all diesen Projekten und Gebäuden steht. MAPOLIS ist für jeden, der sich mit Architektur, Bau und Immobilien beschäftigt. Entweder er ist in der Branche und arbeitet dort oder er hat einfach nur eine Leidenschaft für gute Architektur. Wie funktioniert MAPOLIS? MAPOLIS melde ich mich online an, ich registriere mich, ich vernetze mich mit meinem Gebäude oder mit Unternehmen in kategorisierten Verbindungen. Der Vorteil dieser Verbindungen ist, dass ich natürlich die Verbindungen durchsuchen kann und somit strukturierte Informationen über die Immobilien oder die Unternehmen bekomme. MAPOLIS ist wie eine lebende Referenzdatenbank. Welche Vorteile bietet MAPOLIS? Man kann sich mit den Immobilien vernetzen, man vernetzt sich mit Geschäftspartnern oder erweitert einfach sein geschäftliches Netzwerk. Man kann strukturiert suchen und wird in MAPOLIS auch gut gefunden. Ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen. MAPOLIS get connected!